Ich bin Wilhelmina, Markgräfin der Markgrafenschaft Brandenburg-Bayreuth. Hier in Erlangen habe ich mich der Kunst und der Wissenschaft gewidmet. Herzlich Willkommen in der Huguenottenstadt Erlangen. Mein Name ist Monique Monchon. Ich möchte Ihnen heute über meine Vorfahren erzählen, die Strumpfwürger waren. Gott zum Gruß, ihr lieben Leute, darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Rosalia Jakubina-Grudi, Baderin all hier im Städtlein Erlangen bis zum großen Brand, Anno 1706. Bonjour, ich bin Marie, die Huguenotin. Mein Vater ist ein Handschuhfabrikant und ich habe ein flinches Mundwerk und erzähle Ihnen aus der Erlanger Geschichte. WDR 2021 Wir lesen, die »Hierke Kullin«, der »Hierke Kullin«, »Hierke Kullin«, in »Hierke Kullin«, »Hierke Kullin«. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir laden Sie ein, die Geschichte von Erlangen in unseren historischen Stadtführungen kennenzulernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020